ja wenn wir kommen Leute zu diesem neuen Shop Video heute haben sich beide Seiten abgeteilt heute kommt doch das Update sieht man unten das heißt dann die Tietzschung allerdings ist Kassel der Maguskin ganz nice Almira auch richtig geile Skin finde ich kann man benutzen kann gerne nochmal holen nice so als nächstes kommt Raptor sehr alter Skin auf jeden Fall kann man sich holen Party Löwe Spazak ist übelst geil so 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 es riecht geiler Murat Spektrall ist auch eine übelstliche Pickel man sieht hier die Farben sich verändern ist auch nur so nice dann 800 Gramm so ist auch übelst geil weil es ist ein ganzes Kind und er sieht ganz nice aus dann ein Schleiter und auch übelst nice hinten das macht Farben Montage zu machen Möken was ist betoniert ich weiß es mir schon bis heute mal ein bisschen schneller das wird wohl ich hatte über die Mühe ich bin ich habe es morgen und Vielen Dank.